Kommt, geh runter. Geh doch runter, Styx. Geh runter, verdammt. Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Styx Master of Shadows. In der letzten Folge haben wir erfahren, wer sich hinter Zelle Nummer 5 verborgen hat. Und derjenige hat uns dann gleich unsere Waffe gestohlen und unsere Items geraubt. Und uns auch noch hier eingesperrt. Und ja, falls ihr wissen wollt, wer das ist, entweder dranbleiben oder die vorige Folge gucken. Jedenfalls, wir können ja noch Klone machen. Wir werden uns mithilfe des Klons jetzt befreien, wenn ich nicht runterfalle. Oh, oh, oh. Sehr knapp. Sehr, sehr knapp. So. Gehen wir mal spielen mit dem Klone. Ah. Sind schon welche? Machen wir den Speichern? Der Schöpfer. So. Nein, 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 nein. Hier ist keiner. Hier ist keiner. Ach, du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. So. Nein, 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 nein. Er wird mich sehen, er wird mich sehen, er wird mich sehen. So. Nämlich. Wir müssen da nach links. 65 Meter nach links. Was macht der da? Komische Bewegung. Ja. Geht mal nachgucken, Jungs. Da ist nix. Nur eine defekte Kerze. Laterne. Hier schaut mal das Licht aus. Ja. Bisher hin ist es ja schon gut gegangen. Würde ich sagen. Speichern wir mal. Jetzt stellt sich die Frage. Gehen wir hier lang? Ne. Wir gehen hier außen rum. Dann hier hoch. Ne, ne. Da ist nix. Hey, come on out and let's finish with it. So, nehm ich. Hier rauf. Und nochmal schnell spechern. Mal so gut funktioniert hat bis hierhin. Also die schlafenden Riesen. Sollten wir nicht wecken. Sand. Hab ich hier. Da vorne ist schon der Dolch. Da vorne ist schon der Dolch. Okay. Dann beruhigt euch, die zwei. Äh, nein. Niemand. Dreh dich um. Äh, nein. Niemand. ausgezeichnet ausgezeichnet und da ist auch schon der dolch da unten fünf meter kaum dreht ich um ist so wenn der rücken zu mir steht dann kann ich den gleich moksen beim anderen bin ich mir nicht so sicher könnten wir mal speichern haben wir ja wieder eine waffe so den machen weg gleich in die kiste mit dir oder halt in den schrank wir sollen jetzt ins labor gehen ist gar nicht so einfach in das labor zu kommen aber hier ist mal falsch glaube ich auf jeden fall macht diese geräusche kommt da jetzt wachen oder nicht so Oh nein. Ach, da kommen zwei Wachen. So ein Pech. Ja, schauen wir da drinnen nach. Tödlicher Unfall. Ja, gut. Wende deinen Blick ab von mir, Mensch. Ja, gut. Hey, mach ich das. So. Ja, da drinnen ist kurz wieder weg. Jetzt guckt er gerade weg. Ja, gut, gut, gut. Oh, perfekt. Münze gibt es auch gleich oben drauf. Eine goldige Goldmünze. Mal speichern wieder. Schadet nicht. So, komm, bis ins Labor will ich das noch schaffen. Es ist da drinnen, oder wie? Komm, geh runter. Geh doch runter. Stücks. Geh runter, verdammt. Ja. Ja. Wir haben es geschafft. Mehr schlecht als recht, aber wir haben es geschafft. Jo. Damit würde ich sagen, beende ich diesen Part. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Wenn es euch nicht gefallen hat, auch bewertet den Part und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ja. Ja.